Hallo und herzlich willkommen hier wieder beim Internet, Kaffee und Supermarket Simulator. Dieses Spiel wird hier wieder alles in einem vereint. So, was haben wir denn jetzt hier? Voll Energie, ein bisschen Hunger habe ich, ein bisschen Durst habe ich. Ja, ne, ja doch, aber da unten ist ja meine Energie, meine Ausdauer, meine ich. So, was haben wir denn jetzt beim letzten Mal gemacht? Ich habe neue Waren, glaube ich, hier mit reingeballert und die Kabe zu hören gekriegt. Ich soll den Scheiß doch alles teurer machen. Ich will nicht so teuer gehen. Wie ist es an? Wie ist es? Klar, dass sie es kaufen, aber das ist alles, die Quillet nicht. Ich will nie. Kann man auch voll machen. Genau. So, dann gehen wir hier nochmal. Da haben wir mal vier, da haben wir fünf, fünf, acht. So. So. Oh, oh. Wir sind wieder mit Soda aus, ne? Klopapier auch. Es kann nicht wahr sein. Klopapier und Cola. Sind wir raus. Da sind wir out of order. Gehe ich jetzt, ich gehe jetzt trotzdem nochmal gerade hoch, ne? Mit dem Preis. Ne, ne, ich muss ja aufpassen. Ich habe ja da drüben schon die Preise geändert. So, Klopapier haben wir nicht mehr. Aber Bier haben wir noch. Haben wir auch noch. Chips haben wir auch nicht mehr. Ich muss nachbestellen. Ich muss nachbestellen. Webbrowser. Walmart. So, wir hatten die großen, ne? Chips haben wir. Bratkartoffe muss eingefroren werden. Ja. So. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Weiche Butter. Getränke. Cola brauchen wir. Was brauchen wir noch? Klopapier. So. Klopapier. Ey, so viel Geld habe ich gar nicht. Muss aufmachen. Muss den Laden aufmachen. Ansonsten. Die Pleite hier. Da werde ich auch nochmal hochballern, ne? Fünf. Drei. Fünf. Hier komme! Das will ich lassen. Ich komme aus dem Weg. Klopapier. Kann gerade nicht. Mann, warum kloppe ich denn da immer? Ich bin gleich da. Ich gehe mal aus dem Weg. Ich muss mich nur beeilen, schnell die Scheiße hier rin zu kriegen. So. Wir hatten hier doch irgendwo noch Bier, ne? Ja. Einfach Rinder. Weg. Wer damit. Organics. So. Nochmal Bier. Bier. Schnell zurück. Don. Ich komme. Ich bin on my way. Danke. Wir wollten doch die Computer mal langsam aufrocken, ne? Überleg doch. So. So. Tschüss. Wiedersehen. Wunderbar. Ja. Kauft schön alles ein. So. Zack. 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 Ja. Gut. Jetzt können wir... Ja gut. Hier ist überall Cola schon drin, ne? Deswegen... Gut. Gut. Okay. Klopapier haben wir. Hier machen wir auch nochmal so da rein. Kann ja nicht schaden. Chips haben wir jetzt nicht mehr. Die Bleiche haben wir auch nicht. So eine Kacke. Gut. Wir lassen das jetzt erstmal laufen. So. Was darf sein? Organic. Bitte. Wir sollten vielleicht langsam anfangen hier mit Stühle, ne? Damit alle erstmal einen geilen Stuhl haben. Was guckt sie sich da an? TikToks oder was? Was soll ich sagen? Was guckst du? Ist das Leak of Legend oder so ein Dreck? Ich hab da nicht so die Ahnung von. Banane. Banane. Der heutige verdienst 107, 112. Der heutige verdienst an der Kasse oder was? 106. Oh. 214 ist okay. Ich würde jetzt auf jeden Fall wirklich gerne mal ein bisschen auf die Computer eingehen, ne? Du hast ja Supermarkt, der klaut halt viel Zeit und Ressourcen so ein bisschen. I like that you feel. So, lass uns mal gucken. Was kostet denn da so ein Stühlchen? Was kostet denn da so ein Stuhl? Der hat 350. Leck mich. Aber er hat zwei Sterne. Der hier hat nur einen. Selbst der hat schon zwei Sterne und der Klappstuhl. Vielleicht sollten wir erstmal den Klappstuhl holen? Ich weiß nicht. Der Klappstuhl sieht echt scheiße aus, ne? Obwohl er auch zwei Sterne hat. Warum auch immer. Nicht, ja. Was soll ich denn jetzt damit? Warum auch immer, ne? Tisch. Tisch. Computer. Monitor. Tastatur. Oh, 260. Ey, so 260. Boah. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Stühle. Ich habe das Gefühl, ich brauche hier mehr Lampen. Kann das sein. So, hier irgendwie Gülle. Das ist hier Gülle. Ah, da bin ich. Acceptated Lampe. Zeig mal her. Wir holen mal drei. Geht mir auf den Sack mit der Darkness hier, ey. Er geht gleich wieder einkaufen. Sehr schön. So, ja. Mach mal. Schmeiß mal ab. Lampe. Wow, einer hätte gereicht, ne? Ist ja viel heller jetzt. Wir recyceln die wieder. Mann, Alter, ich will ja auch gerne mal kurz woanders hin. Lass mich doch mal Ruhe. Merkt ihr noch was? Das ist hier ekelhaft. Avocado? So, hier ist man der Komae. Mal kurz rüber in den Recycle Shop. Okay. Alles recyceln, Junge. 15 Dollar kriege ich dafür nur wieder. So ist ein Witz sein. Das ist eigentlich nichts, ne? Dann komm, dann ballern wir die jetzt hier irgendwo ran. Ja, damit die ein bisschen was sehen. Warte mal ohne Momento. Ich muss hier, ähm, meine Rechnung zahlen. Sonst bin ich nämlich am Arsch hier. So. Okay, hier bin ich. Gleich. Wer hält es jetzt aber? Ma'am? Heute verdient es erst schon wieder einen Tag rum, ne? So, und was haben wir denn hier noch? Wunderbar. Macht gleich wieder voll den Dreck. Sieht hier aus. Chips haben wir nicht. Da ist das Regal. Es geht langsam zu... Was denn jetzt? Na, komm. Zack. Ich wollte die Ware... Nicht das Ding nehmen, sondern die Ware. Nachfüllen. Danke. Wir haben keine Bleiche, keine Chips. Ein paar Cola haben wir noch ein bisschen. Wasser haben wir. Wasser drüben. Nochmal. Ja. Hier ist voll. Okay. Wir müssen hier das Bleichzeug kaufen, oder? Das haben wir doch eigentlich nicht mehr. Ja. Sehr schön. Oh, ich kriege aber... Langsam hat der Typ da Hunger und Durst. Kommt her, er will bezahlen. Was habe ich denn? Cola. Sehr schön. So. So. Vielleicht sollte ich mal rübergegen Kaffee trinken, ne? Bisschen für die Energie, um die ein bisschen wieder aufzupäppeln, den Scheiß. Zack. Guck mal her, hier. Sag ich mal her, wo ist der Kaffee? Sehr gut. Jetzt habe ich aber Hunger. Voll ballern. Hi. So, jetzt sind wir wieder voll. Wir sind schon wieder fliehen. So, Mülltüte. Gib mir mal ne Mülltüte. Ja, er will bezahlen. Er möchte bezahlen. Aber wir brauchen Chips, die Bleiche. Ah, so. Pass auf. Chips. Parfümierte Bleiche haben wir, ne? Ach, wenn wir die normale Bleiche, ist halt egal. Hätte ich wohl noch Klopapier. Er kann nicht schaden. Zack. Zack. Schön vorgedrängelt. Ich habe die parfümierte Bleiche. Seid ihr, die gelbe habe ich. Scheiße. Ich glaube, ich habe jetzt die normale genommen. Das ist natürlich ätzend. Ätzend. Gut, zack. Haben wir. Scheiß aus Papier. Wunderbar. Er will da ran. Wir kommen nicht dazu, einfach so einen Computerstuhl zu kaufen. Das schaffen wir einfach nicht. Normale Bleiche. Gut, dann kommt da halt jetzt normale Bleiche drin. Ist doch kacke, egal. Ich ballere das einfach mal hier vorne hin. Einfach mal schnell weg den Dreck, ne? Chips haben wir wieder im Angebot. Ballern wir einfach da hin. Hier kann man auch auch Angestellte haben, ne? Die brauchen wir. Vielleicht eben, der sich ums Lager kümmert. Das liegt doch nicht. Geh weg, Mann. So, hier bin ich. Was darf sein? Zweimal Bier. No problem. Einmal Banan. Dann zeig ich mal her. Dann geh jetzt die Chips hier nach. Erstmal, wir filmen mein ganzes Regal auf. So. Hier. Wir warten, bis das leer ist. Dann filmen wir danach. Die Bleiche. Die wir nicht mehr haben. Water. Cold. 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 Water. Chainsaw's Paper. Haben wir. Gut. Wunderbar. Ey, wie sieht das hier aus? Okay. Ich muss noch kurz akzeptieren jetzt. Zack. Wunderbar. Und hier bin ich. Mein Gott, ey. Heute haben wir gut eingenommen. Guck mal. 256. Ey, ey, ey. Okay, okay, okay. Wunderbar. Sehr schön. Können wir eigentlich mal mit den Stuhl kicken, ne? Stuhl. Zack. Bestellt. Tut mir leid, der kommt hier weg. Ist ja wahnsinnig, hört. So, nimm mal deinen Dreckstuhl hier. Recyceln. Cold, cold water. Was ist denn das hier mit eurem Müll? Was ist das, was ist das, was ist das? So, weg. Welcher PC ist denn das jetzt? PC 1? PC 3. Den werden wir jetzt erhöhen. Wir haben schon wieder alle diese alten Preise, ne? Warum? Automatisch Registerkasse? Erwerben Sie das Recht zur dauerhaften Nutzung des Kassenautomaten. Oh, entschuldige. So, jetzt zieht es aber ab hier. So, so, so. Ich bin kurz an der Kasse tätig, sorry. Ja, ich hab's doch verstanden. Wunderbar. So, wer will jetzt was? Ja. Lass mal hochprügeln, den Preis hier. So. Ähm, 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 wie waren das jetzt hier? Verbesserte Internetgeschwindigkeit. Bank, Schilderdesign, fragt über Rechnung. Ja, dann hat man hier nicht irgendwas mit Mitarbeiter. Ne. Den können wir jetzt auch hochpollern. So. Oh, scheiße. Rettet mir niemand auf, mir, ihr Pfeifen. Mhm, mhm, mhm. Ein Tüte Schipp, sechs Dollar. Boah, scheiße, das ist so teuer. Fünf Dollar. Oh, Bananen hat er vergessen, ne? Bananen, fünf Dollar. Jo, hab ich. Automatisch genehmigen, 850. Das würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Irgendwas dreckig, ne? Ne, ne? Kann ich jetzt hier nicht die Dings rausnehmen? Die Bleiche. So. Der hat hier wieder geklingelt. Zack. Blechmittel. Mal hier ein bisschen eine Zeug hier wieder auffüllen. Sehr schön. Grüne Apfel, den kann ich hier gar nicht reinmachen, ne? Ist mir mal aufgefallen. Grüner Apfel, da, äh. Ich hab die roten Apfel, Avocado und Dings, ne? Eine Stunde. Hat denn der alte da jetzt hingeschmissen? Jetzt wieder die Fliehende. Ja. Kloppiklin, eine Fresse. Licht einmal? Ich hab die ganze Zeit Licht an. Ey, das kostet doch Strom, Mann. Zack. Sehr schön. Ui. Nicht so Horte, meine Kleinen. Nicht so Horte. So, wie sieht's denn aus hier? Jetzt können wir irgendwie, will man auch einen neuen Computer, ne? Könnten wir. Weißer Bürocomputer. Stufe 7. Internetcafé Ebene 7. Mh, scheiße. Level 6. Jetzt ballern wir das Licht mal an. Das ist scheiße, ey. Hä? Er hat bezahlt und will sich gleich... Kein Problem. Dann bleibt noch ein bisschen was da. War ja nicht schlecht. Fast 600 Dollar eingenommen. Sauberkeit 100. Sehr schön, der kommt an, der will bezahlen. Apfel. Mülleimer. Ich werd die erstmal wegen... Da kannst du rennen, wie du willst. Ich werd die erstmal sauber machen. Z A und O. Vielleicht sollte ich noch warten, ne? Mit der Kohle, bis ich da wirklich den auf Level 7... Aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Steht dort, ich meine? Ich weiß nicht, ob ich da hinkomme, wenn ich die nicht aufrüste, die Rechner. Vielleicht sollte ich erstmal mit einem anfangen. Bessere Tastatur und so ein Dreck, ne? Warte mal. So, Monitor hat er ja eine gute... Er braucht noch eine gute Tastatur. Und vielleicht eine gute Maus. Das machen wir mal. Hey, hey. Weiter, Fehl. Ich nehm das hier mal schnell weg. Nein, das wollte ich da so gar nicht. Warte mal, wir machen halt so. So. Dann können sie den ein bisschen beobachten. Beim Zocken. So. Komm, hier per die Maus. Shoot Master. Shot. Shot Master. Zack, hin. Noch eine bessere Tastatur. So. Wunderbar. Das gebe ich ab. Ja, damit könnte man beim neuen Rechner vielleicht, aber nein. Machen wir später. Hektar. Einkommen? Boah, 718 Einkommen. Äh, was soll ich dazu sagen? Wunderbar. So, mal kurz hier. Zack, ein bisschen abkasseln. Ich muss dann noch die Rechnung gleich zahlen. Scheiße. So, Rechnung. Zack. Ja klar, wegen mehr Lampen, ne? Dreck. Boah, PC3. Ist doch PC3, ne? Der hier an der Seite ist PC3. Ja. Ja, ein Stück höher, ihr Ballert. Hier, friss mal mit einer Maus, Junge. Ey, wo ist die denn? Oh. Recyceln. Schon besser. Machen wir PC3, den machen wir dann richtig frisch. Den kann jetzt jeder richtig krass zukicken, da. Wenn sie immer nach links kicken, oh, da zockt der denn auf den geilen Dingen. Bei dem läuft ja YouTube viel schneller als bei uns. Na, nein, jetzt auch ein bisschen hoch. Ne. Schon zu teuer. So, PC3, eine Stunde, no problem. No problem. So. So. So, und wieder knapp bei 500, ist in Ordnung. Läuft. Tag. Tag. Ja, ist geil. Was spielst du, ne? Ist es Player Battleground? Battleground? Ja. Ist Unknown Player Battleground, oder wie der Scheiß heißt. Kann nicht wahr sein. Na, war geil? Sag ja. Ich brauch nie wieder schlafen. Ich geh jetzt einfach wieder da rüber. Trink, ich trink ein paar Kaffee. Friss was, und das ist gut. Hast du mal wieder eine Kaffee für mich? Wie geht das an? Und ein paar Fritten. Ah, reingeballert. Ist egal. Kannst du mal aufhören, die Tür mal zu schließen, wenn ich da drinne bin? Ja, 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 ja. Acceptated. Na, lojo. Ich muss kicken, dass ich das Licht ausmache, ne? Sieht nicht aus. Ja. Stromverschwendung hier alles. Wunderbar, wer hat denn hier schon wieder Dreck verteilt? Mein Gott. Sieh schon wieder. Sie kriegt ohnehin den Hals voll, ne? Von der Kacke da. Anderthalb Stunden. Und zack. 540, wird langsam. Das wird langsam. Was können wir denn da noch aufbrocken bei dem? Gar nichts, nur ein Tisch, ne? Wir könnten halt wirklich nur einen Tisch noch machen. Dann wäre der noch ein Stück besser. Weiß nicht. Hier ist ja schon fast alles raus. Hier ist alles raus. Das ist ja Wahnsinn. Produkt entfernen. Da kommt das andere Bleichzeug jetzt drin. Das war für 4 Dollar. Ne, ich mache aber 5. Ich muss hier ein bisschen gucken, ne? Und Bier wieder. We need, we need beer. Beer, beer, beer. Und Cola schon wieder. Ja, wir brauchen wieder Cola. Scheiß aus Papier. Das ist ätzend. Aber gut. Ab muttert muttert, ne? Ja, ja, guck mal, wie er sich vordrängelt hier. Schnell hier ran zur Kassa, die Saudi. So, Cola und Klopapier. So, Klopapier rumwärts. Kann nicht wahr sein. Dreimal. So, ne, Getränke. Cola. Können auch Sprite noch nehmen, ne? Zack, zack. Boah. Hier haben wir, glaube ich, habe ich vergessen, oder? Ich weiß nicht. Schmeiß mal ab da, den Dreck. Ich habe ein bisschen was zu tun, Mann. Der lässt sich ja Zeit mit seiner Scheiße. Slowpapier. Muss so einen einfacheren Weg geben, die Scheiße hier hinzuräumen, oder? Steht nicht. Erstmal insortieren, das ist wichtig. Cola. Cola. Dann wäre eine gute Autocola. Zack, Renne. Schnell, 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 zurück. Spread. Zapp, Soda. Zack. Oh ja, jetzt haben wir aber ordentliche Klopapier, ne? Pack das einfach mal hier rein, weil... Das ist zum Beispiel ganz gut. Was im Lager ist, ist scheiße, ja, wie das einsortiert ist, weil... Du kannst einfach ran. Am Regal. Das ist ganz geil gemacht. Das finde ich wirklich ganz gut. Hm, 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 hm. Ja, ich bin gleich da. Wollt ihr Ware kaufen, oder nicht? Ja, der muss hier auch nachgefüllt werden. Also, backen zu. So. Der Supermarkt ist schon wieder fast... Guck mal. Hält der Schwede? Elf, Level elf. Na, ich glaube, schon wieder neue Sachen freigeschaltet, oder? Sauberkeit. Wieso, was ist denn hier dreckig? Ah, da hinten. Müll. So. Jetzt. Haben wir... Zack. 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 Das haben wir nicht. Das kann eigentlich raus. Zack. Das lassen wir da mal auslaufen. Die Bleiche auch. Die Bleiche. Die Bleiche. So. Zack. Wer ist denn da jetzt? Hier machen wir auch nochmal neu. Pritz. 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 Ey, wir haben noch so viele grüne Äpfel, ne? Was ist hier noch? Bier haben wir nicht mehr, ne? BK-Bier haben wir nicht mehr. Wir haben kein BK-Bier mehr. Leute. Ihr braucht BK-Bier. Das gelbmäßig läuft, ne? So, zurück. Ähm, das nächste BK-Bier. Machen wir zweimal. Sehr schön. Ja, habe ich gesehen. Habe ich gesehen. Eine halbe Stunde am PC3. Wunderbar. 809 Dollar. Ey, wow. Das war die halbe Stunde. Was soll in der Müll hier? Sie brauchen nicht rennen, ma'am. Ich weiß nicht, ob wir jetzt noch ein PC machen sollten. Weißt du, noch so ein Billow. Ich kann ihn doch da in die Ecke stellen. Oder ich mach den hier weiter rüber und dann können wir da noch einen hinstellen. Ich weiß nicht. Das müssen wir dann aber in der nächsten Folge machen. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Vielleicht leveln wir da noch ein Stück schneller. Wollen wir ja dann noch einen zusätzlich haben, der immer an die PCs kann, ne? Automatisch genehmigen. Gekauft. Automatisch genehmigen haben wir gekauft. Scheiße, ja. Ich glaub, das hilft uns gut. So, Gott sei Dank, dass wir noch BK-Biel geholt haben. Weil das brauchen wir noch. Das ist gut, ey. So brauch ich da wenigstens nicht die ganze Zeit die Scheiße genehmigen. Das ist wirklich ganz gut. Okay. 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 Junge, ich acker hier die Tage durch. Ey, gib mal schon wieder 6 Uhr. Wie jetzt? Hallo? Ah. Okay. Ich dachte grad, hä? Was soll jetzt? Ey, komm gleich. Äh, äh, äh. BK-Biel. Zack. Zack. Bier. Oh, ne. Achso, ja, so war das. So konnte ich neue Produkte da rein machen. Aber ich wollte die Sprite ja auch noch. Naja. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für die Folge. Wir sind wieder ein gutes Stück vorangekommen. Wir machen jetzt gut schnell Geld, finde ich. Jetzt haben wir auch die automatische Genehmigung drinne. Der eine PC ist wieder weiter aufgewertet. Also, ist schon mal nicht schlecht. Und, ähm, ich würde sagen, wir beenden die Folge jetzt hier. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut, haut da rein und ciao. Und, ähm, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wiedersehen.